guten morgen und die sonne blende tierisch an der mountain weg damit haben noch genug erde so jetzt haben wir auf jeden fall genug erde kommt der schatten her ach so war der baum die ganze zeit da das jetzt gerade gewachsen der ist mir nie aufgefallen so da liegt noch kram und sehe ich gerade so auf der seite könnte ich eventuell hier bauen ja das ist echt immer wieder lustig dass das in der einen himmelsrichtung geht es in der anderen nicht die bräuchten wir nicht ich wollte doch testen aber wir haben jetzt nicht mehr die stufen ob das eine etage höher nicht vielleicht besser wäre so so weg weg kann ich da hin habe ich noch ja zufällig genau genau zwei wäre in ordnung wenn man sich jetzt hier noch vorstellt dass das ja den weg hoch geht wäre das in ordnung von hier drinnen so das laufgefühl ist auch in ordnung also es muss nicht will ich euch ersparen das jetzt noch mal abzureißen und noch eins höher zu setzen ich glaube das geht das passt schon ja das passt schon von der seite sind man kann es ja jetzt hier schon auf der einen seite ein bisschen beurteilen ja ich glaube das würde irgendwie wenn man das hier überstehen lässt wäre zwar von sicht oben besser aber ob das unten dann ich glaube schon so ok passt schon laufen das land im bauhilfe dort hier gestoßen das gibt es ja gar nicht so dann brauchen wir noch zäune gebrochen sticks so seine war das so ja 24 euro müsste müsste hinkommen von den stufen brauchen wir noch slabs haben wir noch reichen die 10 ich wage es ja an zu zweifeln ach so da gut und kurs wird ok so das reicht auf jeden fall wie komme ich jetzt wieder hoch so auf der seite ging hat so und hier haben wir auch noch das da aber auf der seite ging hat so ich muss doch da hoch so ne auf der seite ging das nicht so da wüsste ich gern mal warum das so ist warum so viele sachen in minecraft himmelsrichtung abhängig sind ob das funktioniert oder nicht was resten anbetrifft ist es ja schon gefixt zu großen teilen zumindest gab früher gab es ja auch jede menge redstone schaltung die in eine ganz bestimmte himmelsrichtung stehen mussten sonst haben die einfach nicht funktioniert weiß nicht mehr bad switch und soweit alter ich bin da aber überhaupt nicht auf dem laufenden was was davon jetzt gefixt ist und was überhaupt was sowieso was nicht ging was wenn es nicht ging gefixt wurde und was nicht ob es dann auch wirklich noch sachen gibt die bei denen das so probleme gibt keine ahnung abgesehen davon dass ich sowieso durch meine lange minecraft pause einiges nicht mehr weiß mein gedächtnis erst wieder auffrischen muss ist das auch etwas was mich nie so wirklich interessiert hat der strom hat nicht geklappt da der war gut das muss doch gehen jawohl geht auch die schaufel und überhaupt die beiden schaufeln sollten vielleicht auch momentan mit selbst reparatur versehen damit es nicht ganz so teuer wird wenn man sie reparieren weil manölium ist ja doch eine sache für sich da haben wir ja nicht nicht unbegrenzt die möglichkeiten von hier aus dran ja klar ja so hier drin kann ja nichts von aber ich bin jetzt kann belegen so oder da oben könnte man ja obwohl hier nichts von kann könnte man das machen so da ist das schon nicht denn da plopp plopp was man ja auch noch machen könnte weiß ich auch nicht ich glaube er nicht oder vielleicht sogar besser oder das so offen lässt wie da wäre es vielleicht sogar schöner wenn das dach doch eins niedriger wäre aber wenn man das da macht oder wir machen das nur in der mitte oder nur an den rändern ich lass es hier mal in der mitte und mach auf der anderen seite mal an den rändern und dann sagt ihr mir was dazu wie ist das finde gute idee ich glaube nur an den rändern ist da wäre es vielleicht dann doch komplett zu besser und hier von der seite jetzt verblendet die sonne wieder nur in der mitte würde durchaus gehen ja jetzt ist optisch natürlich weil auf der anderen seite schon ist schreibt mir da bitte mal was zu nur in der mitte oder komplett oder nur außen ich tendiere jetzt zu komplett aber sagt mir mal eure meinung ich habe gar nicht mehr komplett sonst ich wollte jetzt hier ganz komplett machen wo sind die workbench da auf der seite wo haben wir schon an holz verblasen ist ja ich mache jetzt das komplette es wird schon wieder dunkel das gibt ja gar nicht wie gesagt schreibt mir was dazu ich tendiere jetzt dazu oder halt nur in der mitte sowie auf der seite würde mich freuen wenn ihr dazu was schreibt jetzt brauchen wir die anderen stufen gucken wir mal hoch wie wir überhaupt da hochkommen den behilfskrempel hier weg wenn man nein da nicht da wollte ich nicht da geht gar nicht hört da muss schon wieder das gleiche problem wie hinten das gibt es doch gar nicht da muss ich aber glaube ich im helm wir haben sowieso kein hals mehr verdammt na gut dann halt bis morgen